David Sinclair ist ein Harvard-Professor und einer der berühmtesten Langlebigkeitsforscher der Welt. Er hat dieses Buch geschrieben, Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have To, also warum wir altern und warum wir nicht altern müssen. Und er hat in diesem neuen Interview seine tägliche Routine verraten, was er tut, um mit 52 so auszusehen und biologisch ganze 10 Jahre jünger zu sein als chronologisch. David Sinclair nimmt jeden Morgen ein Gram NMN. Und aus seinen Studien weiß er, NMN funktioniert besser als NR oder Vitamin B3. Warum? NLD besteht aus Vitamin B3 plus weitere Komponenten wie Phosphate und Zucker. Wenn man nur Vitamin 3 oder nur NR nimmt, muss der Körper die weiteren Komponenten wie Phosphate und Zucker von woanders herholen, um NLD zu bilden. Und das ist ein Problem, denn woher kriegt er die Phosphate? Er zieht sie von anderen Stellen im Körper ab. Doch der Körper braucht Phosphate für Dinge wie DNA und Knochen. Wenn man also hohe Dosen von etwas nimmt, das Phosphate von anderen Stellen abzieht, um NLD zu bilden, würde das David Sinclairs Sorgen bereiten. NMN hat aber alle drei Komponenten, die benötigt werden, damit NLD plus gebildet werden kann. Der Körper muss nicht Phosphate von anderen Stellen abziehen, um NLD zu bilden. David Sinclair und sein Team haben NMN und NR auch direkt verglichen in seinem Labor in Mäusestudien. Und nur das NMN hat die Mäuse viel schneller laufen lassen, ihre Energielevel verbessert und ihren Blutfluss verbessert. Die selbe Dosis NR hatte keine Effekte. Die Komponenten